Moin Jungs, Moin Mädels, Willkommen zurück zu Minecraft, Scully grüßt euch. Kann sein, dass ihr gerade noch ganz kurz zu Partbeginn hier unten gesehen habt, dass ein Screenshot gespeichert wurde. Ich fand diesen panoramistischen Blick auf die Brücke, die da hinten liegt, die wir beim letzten Mal gebaut haben, doch ganz akzeptabel und dachte mir, den können wir doch einfach mal als Thumbnait verwenden für irgendeinen Part. Vielleicht vergesse ich das auch wieder, aber war zumindest meiner Meinung nach jetzt gerade keine schlechte Idee. So, wir wollen heute durch diese zerklüftete Landschaft, die ich übertrieben geil finde, den Weg fortsetzen. Also eigentlich muss der nur noch ein ganz kleines Stück sein, deswegen soll das jetzt auch möglichst fix gehen, aber es muss halt noch geschehen. So, was haben wir in meinem letzten Mal eigentlich thematisiert? Ach ja, Philosophiestudium. Ich denke, damit können wir jetzt auch erstmal genügen. Ich finde, ich erzähle viel zu viel von der Uni, aber es gibt ja auch viele interessante Sachen, die an der Uni passieren. So ist es ja nun nicht. Also es ist schon spannend, aber man darf halt auch nicht übertreiben, sonst wird es für den anderen bestimmt langweilig. Das will ich nicht, von daher reicht es jetzt erstmal mit Uni-Geschichten. Also zumindest mit... Oh, ich habe gar keinen Greffel. Aber hier ist Greffel, das geil. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich dafür irgendwie zurückhalten will. Aber hier die ganze Zeit nur zu erzählen, Philosophie und Mathe und Moin, das ist irgendwie nicht so geil. Das lassen wir jetzt einfach mal stecken und erzählen was anderes. Ich habe nämlich auch nicht gerade wenig zu erzählen. Ähm, zum Beispiel... Okay, ich muss doch... Naja... Es hat ein bisschen was mit der Uni zu tun, aber nicht so wirklich viel. Und zwar haben der Medbaron und ich, wir haben so eine Art Tradition aufgebaut. Eigentlich habe ich die aufgebaut einmal, aber der Medbaron hat sich jetzt da sehr stark daran beteiligt. Von daher würde ich einfach mal sagen, dass wir die jetzt mittlerweile zu zweit aufrechterhalten. Und zwar geht es um Eier. Eier, wir brauchen Eier. Es geht aber nicht um irgendwelche Eier, sondern es geht um Überraschungseier. Also einfach die besten Süßigkeiten, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, also das hat eine lange Hintergrundgeschichte, deswegen muss ich etwas weiter ausholen. Es war so gewesen, als ich noch gar nicht in Bochum gewohnt habe, hatte ich einen relativ entspannten Freundeskreis. Sagen wir es mal so, wir hatten da eine ziemlich geniale... Also das heißt jetzt nicht, dass die nicht mehr meine Freunde werden, sondern einfach, dass wir dadurch, dass ich nicht mehr dort wohne, uns nicht mehr so oft sehen und ich entsprechend nicht mehr so viel zu tun habe. Also in Konstanz wohne ich nicht mehr. Ihr wisst ja, wo ich herkomme, ist ja kein Problem, das jetzt nochmal zu thematisieren. Also ich hatte eigentlich einen ziemlich coolen Freundeskreis, das möchte ich auch gar nicht verleuchten. Problem war, also es hatte Vor- und Nachteile. Das waren Leute, die den gleichen Musikgeschmack... Boah, ich dachte, ich hätte gerade einen Creeper gehört. Also es waren Leute, die den gleichen Musikgeschmack haben wie ich. Das ist auf jeden Fall schon mal eine super Voraussetzung. Und die hatten eine Wohnung mit einem richtig geilen großen Tisch, wo man sich dann eigentlich einmal die Woche, zumindest zu den großen Hochzeiten, haben wir uns da dann getroffen und uns schön die Hilfeteilchen reingeschwenkt und dabei Musik gehört und über Gott und die Welt erzählt. Eigentlich ziemlich cool. Das Problem war nur, erstmal, das war so eine Beziehungsgeschichte, die ist jetzt auch nicht so wirklich spannend, aber irgendwie hat sich dann halt... Das war halt eigentlich so ein Pärchen, dem die Wohnung gehört oder diesen Tisch da etabliert hatte. Und etabliert hatte, dass man sich da einmal die Woche trifft. Und... Habe ich noch... Ja, ich habe auch noch Dirt. Geil. Und dann war dummerweise halt Schluss. Das kann ja mal passieren. Also... Passiert ja leider. Und dann war irgendwie Sense, weil die Olle, die hat dann da noch gewohnt, aber der Kerl nicht mehr. Es ist irgendwie auch dramatisch. Da muss ich mich einfach wieder in meinem Geschlecht verletzt fühlen. Nein, das ist Quatsch. Das war ja im Prinzip mehr oder weniger von den Eltern von der Ollen gesponsert. Von daher war das schon irgendwo... Wäre es schon komisch gewesen, wenn da jetzt der Mack ja noch drin gewohnt hätte und sie da raus hätte müssen. Aber egal, darum geht es nicht. Dann war halt Schluss. Und dann war es irgendwie nicht mehr so cool. Das kann passieren. Also es ist ja meistens so, wenn man jetzt im Freundeskreis eine Person rausschmeißt. Oder was heißt rausschmeißt? Wenn die halt einfach wegrationalisiert wird aufgrund tragischer Umstände, was passiert, aber eben nicht so geil ist. Man zeigt nicht, dass ich mit dieser... Also, darum das nochmal ganz kurz klarzustellen. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit ihrem Macker nichts mehr zu tun haben wollte. Sondern einfach, dass man sich ja nach wie vor bei ihr getroffen hatte und dann aber der Macker gefehlt hat. So. Der Macker. Das ist auch so ein Wort, das sagt man ja. Das sagen die Leute heutzutage gar nicht mehr. Oh, so hipster. Nein. Also, es ist so gewesen. Es war so gewesen, dass dann dadurch immer etwas langer ist. Langeweile aufkam, wenn wir da waren. Wir haben zwar uns nach wie vor getroffen. Wir haben auch immer noch Musik gehört und hatten auch immer noch Bier. Also eigentlich ganz coole Voraussetzungen. Aber der eine der Typ war der geilste Typ. Das muss ich ganz kurz erwähnen. Der hatte immer Salami Pizza geholt. Wir haben eigentlich immer Pizza gegessen da. Aber wer mich persönlich kennt, der weiß auch, dass es bei mir eigentlich unmöglich ist, mich zu treffen. Also in der Wohnung. Und dann nicht Pizza zu essen und Bier zu trinken. Das ist einfach. Es muss so sein. Und ich finde, das ist auch ein super Lifestyle. Super Lifestyle. Super geil. Ja. Ähm. Oh, ich komme auch wieder vom hundertsten ins tausendste. Jedenfalls. Jedenfalls. Ähm. Ja. Haben wir dann halt immer noch Pizza gegessen und Bier getrunken. Und der Typ, um den auch noch kurz zu Ende zu thematisieren, der so ein geiler Typ war, der hat halt, ähm, ja, der hat seine Salami Pizza immer so geschnitten, dass er die Salamis nicht durchschneiden wollte. Das heißt, er hat immer um die Salami rumgeschnitten, weil er sonst ja die arme Salami zerschneidet. Voll bekloppt, aber eigentlich lustig. Naja. Jedenfalls. Ähm. Habe ich jetzt keinen Kies? Schade. Dann muss ich ja zurück. Och, nö. Ja, gut. Ähm. Jedenfalls hat es sich dadurch eben ein bisschen Langeweile breit gemacht, dass wir irgendwie nicht mehr so wirklich coole Sachen gemacht haben. Ich weiß gar nicht, warum das davor so lustig war. Aber wir hatten irgendwie immer was gemacht, was irgendwie dämlich war. Hahaha. Ja. So. Aber der, das Ding, warum ich das jetzt eigentlich erzähle, ich hole ja ein bisschen weiter für die Eiergeschichte aus, ist die, dass ich dann irgendwann etabliert habe, dass wir, ähm, weil es einfach mal, also irgendwie, das haben wir einmal gemacht und dann habe ich es etabliert, dass wir, wenn wir sowieso Pizza kaufen gehen, nehmen wir auch nur so ein Set Überraschungseier mit. Und das wurden immer mehr. Also am Anfang war es dann vielleicht zwei und dann irgendwann wurden es 20. Die nehmen wir mit und öffnen dann. Und je nachdem, wie viele wir haben und wie lange wir bleiben können und wollen, machen wir dann per Flaschendrehen aus, wer halt immer das nächste Überraschungsei aufmachen darf. Und meistens hat man dann mit dem ersten oder dem zweiten Überraschungsei schon irgendwie so eine geile Sache, dass damit der Abend schon wieder gerettet ist. Das war ein ziemlich gutes System. Das hat auch funktioniert, was mich zumindest zunächst mal gewundert hat. Immer wenn wir ein Auto hatten, war gleich, wir haben dann Bahnen für dieses Auto gebaut und sonst was. Also das war echt eigentlich ziemlich infantil, aber witzig. Und ich meine, man muss ja auch ein bisschen jung bleiben im Kopf. Also, so hat sich das etabliert für mich, dass Überraschungseier mehr oder weniger meine Lieblingswissigkeit wurden. Jetzt habe ich das sogar den entwicklungspsychologischen Hintergrund erklärt. Naja. Und jetzt war es dann so. Das war jetzt erstmal der erste Punkt. Der nächste Punkt. Okay, zuallererst hier in Bochum habe ich mir einmal ein Überraschungsei geholt, als ich tatsächlich mit Matti Bier trinken war. Aber danach habe ich irgendwann, haben länger nichts mehr geholt in die Richtung, weil es einfach irgendwie sich nicht angeboten hat. Warte mal, der Baum hier steht hier auch ganz gewaltig scheiße. Das hat sich einfach nicht mehr angeboten, also habe ich es auch nicht mehr gemacht. Aber dann irgendwann war altgriechisch und da sitze ich ja, wie ihr wisst, mit dem Matti Barone drin. Aber der Matti war nicht da. Tja. Was mache ich in der Situation? Kann ja mal passieren. Man kann ja nicht immer zu jeder Sitzung kommen. Man ist auch mal nicht da. Ich bin auch schon mal nicht da gewesen. Also ich will jetzt überhaupt nicht den Herrn Baron verunglimpfen. Das passiert einfach, dass man mal nicht kann. Also wenn es in der Uni passiert ist, in der Schule dürft ihr euch das natürlich nur erlauben, wenn ihr krank seid. Ja. Aber er war nicht da. Das war natürlich blöd, weil eigentlich hier Unterhaltung ist immer nur dann geboten, zu einem ausreichenden Maße in dieser, in diesem, in diesem, wie sagt man, in dieser Übung, in dieser Sprachübung. Wenn, wenn wir beide da sind, weil wir eigentlich so richtig geile Sachen machen. Also ich darf jetzt viele nicht erzählen, weil die sehr, ähm, weil die so ein bisschen, was heißt privat sind, aber die sind nie so lustig, wenn man, wenn man jetzt nicht weiß, was eigentlich Phase ist. Also das kann ich jetzt nicht so genau thematisieren. Aber ich kann, äh, wo sind denn Samen? Ach, die sind oben im Bauernhof, ne? Ja, also, aber ich kann viel wichtiger erzählen. Ich kann erzählen, dass, ähm, hallo, Scala, versuch deinen Satz zu Ende zu bringen. Wäre voll geil von dir. Satz zu Ende bringen, sonst Riot. Ähm, ja, ich wollte erzählen, dass ich mir dann, weil ich alleine war, gesagt habe, boah, ey, das ist mir zu langweilig, ich hau mir jetzt erstmal direkt ein paar Überraschungseier. Gesagt, getan, runtergegangen in die Cafeteria, die hatte gerade noch offen, und habe mir erstmal zwei, drei Überraschungseier geholt und damit direkt, ähm, direkt, ja, die Stunde dann unterhaltsam rumgebracht. Weil es einfach, ja, war geil, war geil, war richtig geil, weil ich dann halt, da waren auch richtig coole Sachen drin. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Ich glaube, das war so ein, das war der Rallygator, genau, das war so ein Krokodil. Und, ähm, den habe ich dann Rallygator getauft und das war ziemlich witzig. Äh, ziemlich cooles Vieh auf jeden Fall. Wobei das jetzt irgendwie verschollen ist beim Umzucken ein bisschen. Aber ist auch egal, das war jetzt im vergangenen Semester, also. So, und jetzt kommt der witzige Punkt, eigentlich der, wo es interessant wird. Beim nächsten Mal habe ich wieder, ähm, Überraschungseier mitgebracht, weil ich einfach dachte, ja, gut, im schlimmsten Fall ist er halt tatsächlich jetzt nochmal nicht da, der Medi. Und dann, ähm, habe ich was zum Spielen, dann war er aber da. War aber kein Problem, ich hatte ja zwei Überraschungseier dabei. Und dann haben wir gerallt, also dann haben wir halt mit dem Überraschungseier aufgemacht und extrem viel Spaß damit gehabt. Und seitdem ist das so ein bisschen Tradition, das zu machen. Also, dass wir halt wirklich in jeder Griechischstunde müssen zwei Überraschungseier da sein. Egal, ob wir zu zweit da sind oder nicht, also ich hole immer zwei. Wenn ich weiß, dass, wenn ich weiß, dass Medi nicht da ist, sogar erst recht. Weil, dann habe ich da was zum Spielen, aber es ist eigentlich egal. Also, wenn Medi da ist, haben wir auch viel Spaß mit. So, also jetzt habe ich soweit ausgeholt, dass ihr versteht, warum ich überhaupt Überraschungseier im altkriegischen Unterricht gegessen habe. Dann kann ich jetzt zu dem springenden Punkt kommen, den ich eigentlich erzählen wollte, wenn die Zeit dafür noch reicht. Ja, und zwar wollte ich erzählen, neulich habe ich da ein richtig geiles Schaf ausgeholt. Da habe ich auch schon Bilder von auf Twitter gepostet, weil es einfach das coolste Vieh auf diesem Planeten ist. Boah, hier muss ich aber auch mal ernten wieder, ne? Was eigentlich ernte? Also, es ist das coolste Vieh auf diesem Planeten. Es gibt nichts besseres. Helga heißt das, also habe ich so genannt. Das heißt eigentlich Sven Starklar, aber das ist ein ziemlicher Scheißname. Es hat so ein rotes Windrad in der Hand und wenn man das pustet, dann dreht sich das Windrad. Also, eigentlich ziemlich, ziemlich dämlich, aber es sieht so richtig cool aus. Und eigentlich hat das nur deshalb so eine Etablierung als das geileste Vieh von allem. Weil wir am selben Tag auch noch so einen blauen Flitzer, so ein blaues Auto aus dem Überraschungsei gezogen haben. Und da passt Helga perfekt drauf. Das heißt, Helga sieht so aus, als würde es wegflitzen. Als würde sie richtig Gas geben und wegfahren. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also, das kann man nicht anders sagen. Das sieht richtig, richtig ultra aus. Vor allem, weil das Schaf halt auch so dämlich guckt. Und da hatten wir eine Menge Spaß mit. Und seitdem ist Helga so ein bisschen hier jetzt etabliert. Also jetzt nicht nur zwischen Matti und mir, sondern auch, ja, eigentlich zwischen allen Leuten. Rushed kennt Helga auch schon. Und hier in Mathe, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwelche Matheaufgaben rechne und jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Aufgabe gerechnet habe und die abfotografiere, weniger um sie zum Beispiel jetzt noch ein paar Kommilitonen zu schicken, weniger um sie mit der Lösung zu versorgen, als einfach um mal nachzufragen, meint ihr das jetzt so geil oder muss ich da nochmal überarbeiten? Und dann ist immer Helga auch auf dem Foto mit drauf. Also die sitzt dann da auf dem Blatt und guckt sich das genau an, was ich mache. Helga, das Mathe scharf quasi. Und die wird auch immer versucht mit allen Überraschungsei-Utensilien, die wir so rausziehen, kombiniert zu werden. Gestern hatte ich zum Beispiel ein Motorrad. Und der Wahnsinn, das Motorrad, da passt Helga auch perfekt drauf. Das heißt, Helga kann jetzt auch noch auf dem Motorrad losdüsen. Das hatte eigentlich noch gefehlt jetzt. Also Helga ist einfach nur großartig. Also Überraschungsei sind echt der Retter jedes Abends, das will ich damit eigentlich sagen. Wenn der Abend langweilig ist und es noch nicht zu spät ist, um Überraschungsei zu holen, dann holt einfach ein paar Eier und ihr werdet den Abend gerettet haben. Außer es ist nur Scheiße drin. So Überraschungsei für Mädchen ist ja auch wieder ein anderes Thema. Da dürfen eigentlich nur Waschmaschinen-Tabs drin sein. Nein, egal. Das lassen wir jetzt mal weg, das Thema. Es ist jetzt auch spät. Ich gehe jetzt hier ins Bett und dann ist der Part vorbei. Beim nächsten Mal werde ich dann diesen Weg hier fertig verlegen. Also dieses Stück des Wegs, das war ja auch nicht geplant, dass das diese Woche fertig wird. Ich wollte ja nur diesen Zaunteil da fertig machen. Also wird das noch fertig. Dann kann ich nämlich endlich, also beim nächsten oder beim übernächsten Mal wird das sicher durch sein und dann kann ich endlich mit dem Bahnhaus anfangen. Ich weiß gar nicht wie viele Parts ich jetzt schon an dieser Strecke sitze, aber das ist einfach mal wichtig, dass man da ein bisschen Contenance bewahrt und an einer Sache dran bleibt. Das ist ja bisher noch nicht so oft in diesem Let's Play geschehen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch eine Bewertung oder einen freundlichen Kommentar da. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin für heute raus. Bis dann, euer Scuddy, der Rallye.